Hallo und wieder herzlich willkommen zum let's play von Mass Effect. Es geht weiter. Wir sind immer noch eingesperrt. Ich versuche nach draußen zu gehen. Ich habe mich umgezogen, habe Ashley auch was neues angezogen und auch Gareth. So, bisschen wieder Effektivität gesteigert. Mir gefällt dieser Sound nicht. Der wird sich freuen, wenn ich seinen scheiß Plan zum zweiten Mal zerstöre. Wow, diese Waffe ist so ein Schwenke. Ey, die kannst du nicht durchhalten. Das gibt es nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Geht doch schon. Blege 은 Kinder. Alle, Leute, Leute. Ja. Ah, hier. Was ein Asshole. Ich kann mich ja nicht beschweren, aber... Was für eine Lusche, wann ist das jetzt bitte? Und ja, ich habe zumindest die Bombe zerstört, aber... Was ist das da unten? Aber nur irgendein Scheiß. Schön. Ehe. Eeeh. Ich hecke die Leiche. Ich bin dann ja vom Keks. Okay. Piraten Joe hat jetzt ein paar auf die Glocke gekriegt. Auch nicht schlecht. Okay. Okay. Ich soll zum Silateturm zurückkehren. Ich kann die Glocke spenden nicht mehr. Okay. 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 Gut, die Uschi muss ich noch treffen, da ist noch hier Vorfälle, bla, da müsste Forscher finden. Und tolles Thema, das Gamma-Cluster. Schauen wir mal, wo die Forscher sind, dann können wir eigentlich schon wieder... Main-Quest anstreben. Oh nein, ich habe anhebt den richtigen Planeten gefunden, ich würde das für den Arsch. Eschle hat dich dabei. Rex. Ich würde gerne mal drei Leute mitnehmen. Okay, der Planet finde ich jetzt schon mal ganz kacke. Ja, da ist Sand. Forschungsbasis. Und Sand ist nicht gut, weil da gerne Würmer dann rumwühlen. Und da ihr wisst, wie sehr ich auf die Viecher stehe... mehr muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Hoppst doch bitte nicht immer in die Richtung, da Auto. Wenn ich da gar nicht lang drücke. Upsi. Und dann... Random rumballern. Hier war schon seit einer Weile niemand mehr. Woher weißt du das? Rex, wir sind im Partner locker in Rot. Und... Sieht aber irgendwie cool aus. Mein Anzug ist auch nicht schlecht, Gareth. Wenn er so ein bisschen mumienmäßig aussieht. Hm. Ja, aber wieso hat denn keiner nach den Forschern gesucht, bitteschön, wenn die verschwunden sind? Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden. Immer noch uncool. Ich lass mich raten, das ist die Ausgrabungsstätte. Ich bin nicht ein Mensch. Amused. Ah, doch. Den einen Piratendeppen haben wir jetzt umgebracht. Stimmt. Jetzt schon wieder so ein scheiß Tunnel. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ha, ha, ha. Nicht mit mir. So etwas habe ich schon gesehen. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Ich will mich ja nicht beschweren, Gareth, aber das war ein Hass. Was hat dem Fanatiker-Familie die Maschinen anbieten? Like, what the f... Ich meine, man kann ja... Gut, es gibt auch Leute, die so eine Trulla, die den Eiffelturm damals geheiratet hat. So ja, jeder auf das stehen, was er stehen will, aber hirnlose Zombies da rauszumachen, äh, zu werden, ist ein bisschen... Da ist mein Mauszeiger mal mittendrin im Bild. Was ist das? Gareth, Mist. Könnt ihr mal diesen Scheiß mit dem lassen, dass mein Mauszeiger da doppelt ist? Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 allianzsoldaten offenbar wurden sie vom notsignal hier gelockt offenbar unterstehen diese männer admiral kohokus kommando er wird wissen wollen was hier passiert ist ich habe sie ja nicht kaputt machen man sind gesandt wurden aber ach die sind mit dem fahrzeug hier ich hasse sandwürmer nebenbei erwähnt jetzt endlich mal jetzt muss ich wenigstens habe ich wenigstens grund auf die sitate zu gehen da krieg ich wahrscheinlich noch mal zwei millionen quests bei meinem glück die habe ich nur gett armstrong neben ja gut die gett aktivität gucken wir uns noch an durchsagen und dann fliegen wir mal in der runde auf die sitate geben ein bisschen quests ab und hoffen dass wir nicht noch zwei millionen kriegen wo ich allerdings befürchte dass das so sein wird so 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 Das wird einem auch so angezeigt. Naja, dann. Zurück zu Normandy. Tja, die Leute von Kohaku sind auf jeden Fall Schinkenwurst geworden. Durch Dreschl und Mist. Da wäre ich lieber vom Mückenmüll angegriffen, glaube ich. Genau, wegen der muss ich sowieso noch hin, wegen der Asadi Uschi. Amster im Nebel. Oh. Ja, nee. Nee, ich nicht. Ich weiß nicht, warum auch mal die Maus hier so rumjumpt. Oder allgemeine Spiele so rumjumpt. Ich weiß nicht, ob das D-Syncs sind. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy. Hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skylianischen Randsektor verstärkt zu Gate-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Gate-Außenposten auf vier verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Lass mich raten, du meinst mich damit. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Ich kümmere mich darum, Admiral. Saren zu finden, bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Gate gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Gate-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Norden. Das blabelt der mich aber ganz schön lange voll. Admiral Hackett, Ende. Ja. Ach, die sind auf jedem. Ach, leckt mich doch am Ameisenbär. Jetzt kann ich auf jedem einzelnen dämlichen Kaki-Planeten Kaki-Gesweg-Kaki machen, weil das Möp ist. Ich freue mich jetzt schon tierisch. So, aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich auch wieder sehr freuen. Was war das für ein Sound? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Sag ich wie immer, ciao, ciao.